Sie sind ein Skorpion. Mhm. Ja. Gut, fangen wir an. Suchen Sie sich bitte zehn Karten aus. Sie sind nicht glücklich. Sie können sehr gut den Eindruck erwecken, als ob in Ihrem Leben alles gut lief. Man soll von Ihnen denken, Sie seien glücklich, so allein. Aber das sind Sie nicht. Sie empfinden es als demütigend, dass Ihre Ehe gescheitert ist und Sie jetzt alleine leben.